In den Kommentaren unter meinem Video Wieder Quarantäne in Thailand für alle, das ich gestern hochgeladen habe und auch in den Kommentaren in Facebook kamen mehrere Fragen bezüglich der Einreise für Leute, die noch ihren Thailand Pass erhalten haben und jetzt noch in Thailand einreisen dürfen auf. In diesem Video ein kurzes Update dazu. Hallo miteinander, wie geht's euch? Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, ich bin der Georg Tay-Tay und ihr seid auf MyTay24. Wie bereits erwähnt, dürfen Leute, die bereits den Thailand Pass erhalten haben, trotzdem noch in Thailand einreisen, aber mit den folgenden zusätzlichen Bedingungen. Die internationalen Reisenden und ihre Unterkünfte werden rund um die Uhr mit der Covid-19-Tracking-App Mortschana getrackt bzw. überwacht. Man muss zusätzlich zu dem RT-PCR-Covid-19-Test nach der Einreise einen weiteren RT-PCR-Test am Tag 5 oder 6 nach der Einreise machen oder früher, falls man Covid-19-Symptome entwickelt. Dieser Test ist kostenlos und muss an einer von der Regierung dafür zugelassenen Teststelle gemacht werden. In der Beschreibung dieses Videos füge ich den Link zu einer Liste von zugelassenen Teststellen bzw. Labors in Thailand hinzu. Es gab einiges Verwirrung, bis wann die Reisenden, die bereits den Thailand Pass erhalten haben, in Thailand noch einreisen dürfen. Manche haben sich gewundert, woher ich die Information hatte, dass man nur noch bis 10. Januar einreisen darf. Und zwar kam dies von offizieller Stelle. Die thailändische Regierung hat gestern noch bekannt gegeben, dass dies nur noch bis 10. Januar möglich ist. Dies wurde von vielen namenhaften thailändischen und auch von englischsprachigen lokalen Nachrichtenseiten entsprechend berichtet. Heute hat sich aber herausgestellt, dass es wohl keine zeitliche Begrenzung für die Einreisenden mit Thailand Pass gibt und dies dann also auch nach dem 10. Januar 2022 möglich sein wird. Dinge ändern sich täglich oder sogar schneller. Hoffen wir mal, dass dies jetzt so bleibt. Reisende, die sich bereits für den Thailand Pass beworben haben, aber diesen noch nicht erhalten haben, müssen warten und schauen, ob sie zugelassen werden. Wenn sie zugelassen werden, dürfen sie dann auch noch in Thailand einreisen. Leider könnte ich mir vorstellen, dass diese nicht mehr zugelassen werden, weil es den thailändischen Verantwortlichen erst einmal wichtig ist, wegen Omikron so wenig Leute wie nur möglich in Thailand reinzulassen. Okay, das war es mit diesem kurzen Update. Sobald es etwas Wichtiges Neues gibt, werde ich wieder ein Video machen. Bitte meinen Kanal abonnieren, damit ihr es nicht verpasst. Wenn das Video hilfreich und informativ für euch war, bitte Daumen hoch klicken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.